malzeit freunde der leichten unterhaltung diese wieder zurück bei oben sie mit allen linien von heute die 177 habe ich mir überlegt mit so leicht winterlichen wetter habe mir gedacht kann man ja mal machen ausnahmsweise die schnee von den straßen entfernen feigert um sie sich vehement ich habe das jetzt fünfmal ausprobiert schnee auf straßen räumen passiert nichts leben wir damit auch egal einfach mal rein ist nämlich kalt habe ich mir sagen lassen ab dann können wir schon weg tun sagt die außentemperatur minus ein grad dann rein 88 das habe ich mir gemerkt seit dem letzten mal und wir setzen erst mal zur start halte stelle vor der jetzt meine idee ja kam jetzt eine zeit lang erst mal gar nichts von mir weder auf diesem kanal noch auf dem gemeinschaftskanal hat gründe komme ich gleich zu also ja ich glaube so war das ja vielleicht noch mal ganz so viel intervall brauchen wir nicht kann man noch mal ich glaube aber noch weniger intervall kann ich nicht machen so dann mal richtung start haltestelle müsste wenn ich es noch richtig weiß die in der mitte sein und dann stellen wir noch das licht auf auto so dann rüsten wir mal auf start karte 2 5 8 0 dann die 177 und ich weiß gar nicht welcher umlauf ist es 1 nächste halte stelle rathausgallerie ne stimmt nicht dann nehmen wir uns die sich einfach so rum dann können wir auch mal nach innen drin gucken die sind wieder sind wieder sehr pissig ne stehe ich wieder nicht genau da wo sie gerne gerne hätten dass ich stehe so jetzt aber guten tag guten tag guten tag so ja kam jetzt etwas länger kein video von mir weil meine alte grafikkarte so ein bisschen das lieb vom tod gepfiffen hat Die funktionierte nur noch im Debug-Modus Wenn du das im Treiber eingestellt hast Und dann auch nur noch Mehr schlecht als recht Und Da wollte ich erstmal keine Last drauf geben Bevor ich nicht eine neue habe Jetzt habe ich eine neue YPIA Nein, ich freue mich wirklich Endlich mal eine vernünftige neue Grafikkarte Die alte war ja auch schon ein bisschen In die Jahre gekommen, nach vier Jahren Äh, ja Und jetzt sollte es hier Vorerst mal ganz normal Weiter gehen Wie gesagt, bei OMSI Habe ich vorher gesagt Es wird sehr unregelmäßig sein So wie ich da Lust und Laune zu habe So Ich würde gerne mal ganz kurz Bissen hier ist jetzt hier mit den Scheibenwischern Moment, wir halten noch mal ganz kurz an Nein, ich wollte es lecker weg machen So, warte mal Wenn ich es jetzt ganz normal weh mache Das ist aus Das ist normal Das ist schnell Das ist normal Und das andere ist Intervall Okay Ich glaube, dann habe ich es verstanden Ja Oder ist Kollege Rathausgalerie Mensch Von der DB Schoko-Ticket-Bus Guten Tag, Kollege Rathausgalerie Dann geht es einmal Rechts herum So Ob er euch so Erzählt doch mal Wie zu wissen So Der Motor erwärmt sich dann so langsam auch Och Mann Oh Stehen bleiben Was machen wir denn beim nächsten Mal Mh Wir haben ja die Schnellbuslinien Die 79 Die 80 Und die 84 Und die Nachbuslinien Aber die Nachbuslinien würde ich gerne zum Schluss machen Bin ich early Kann er ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben Und Bis ich Was so an Kommentaren da ist Bis ich die nächste Folge aufnehme Daran orientiere ich mich dann so im groben Deal Muss aber nur eine Linie in Ruhe aushalten Wisst du mich? Mit deinem Gehen Schön, schön Ähm Genau Dann orientiere ich mich vielleicht an euren Vorschlägen Solange wie es Linien in Ruhe aus sind Hab sie ja gerade vorgelesen Welche da noch offen wären Theoretisch Und hopp Guten Tag Hallo Kurzstrecke Bitte Danke So Jetzt sind wir da auch schadlos rausgekommen Wunderbar Wunderhübsch Wunderhübsch Vorne auf der Rampe ist wieder eine Gedenklinutenzeit Mal gucken wie lang es dauert Ha Jetzt würde ich die Karte und auch sie kennen Hat gar nicht so lange gedauert Nice Wunderhübsch 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 Ich bin heute Fan der Bordsteinkanten Hallo Guten Tag Hallo Shams Das ist ja schon eine normale Fahrkarte Eine normale Fahrkarte Vielen Dank Hey Alter So ähm Vielleicht noch tun sollte wir die Heizung einschalten Vielleicht nicht auf 23 Grad ballern Sondern mehr so in Richtung 18 Sonst Ähm Sehr schön Kollege Fährst du doch mal weg Bitte Danke 180 Ist aber ungeduldig der Kollege Hätte auch hinter mir halten können Waschen könnte man wieder Also den Bus Nicht sich Also sich vielleicht auch Weiß ich nicht Aber Das sehe ich gerade nicht Ähm Sind hier überhaupt die richtigen Fahrer in den Bussen? Oh ja Aber noch mit der Warnweste Okay Na ja Hopp Das mit den Warnwesten zu fixen Ist glaube ich das geringste Problem Bin ich Bin ich early Was ist das? Jetzt hätte ich ein Easy überholen können Aber ne Wir wollen Leute mit Okay Dann nehmen wir sie mit Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag So ein Ja gerne Für selbst gerne sprechen Guten Tag Ich werde es bitte grün Und löst bitte grün Danke. Steck drei. Eins, zwei, drei. Jawohl. Muss hier hinten rollen. Na klar. Bleibt alle mitten auf der Kreuzung stehen. Alles gut. Stört mich gar nicht. Überhaupt nicht. Eine Sache müssen wir nochmal einstellen hier. Das geht mir nämlich schwer auf den Zünder. Steht doch hier auf Zielwiederholrate 60. Dann kann ich dich auch höher stellen. 74 können im Monitor. Dann soll er auch 74 liefern. So geht es hier auch irgendwann mal weiter. Ich frage für einen Freund. Was ist denn da hinten los? Ah, guck mal. Es geht weiter. Wow. Das ist schön. Vor allem, ich würde jetzt gerne abbiegen. So, nach dem fahre ich. Ne. Ich trau mich nicht. Nach dem fahre ich aber. So, hier rum. Hier rum. Hier rum. Hier rum. Mahlzeit. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Eine Kurzstrecke für den Erwachsenen, bitte. Kurzstrecke für den Erwachsenen. Danke. So, kurz was gucken. Hab ich mir gedacht. Ja, bei dem C2 muss ich mir noch was überlegen. Ähm. Dass er hinten nur eine kleine Matrix hat. Wichtig ist, dass er halt vorne Longhorn ist und... ...innen drin die Decke alt ist. So, mehr braucht's nicht. Und Euro 6. Versteht sich. Glaub ich schon selbst. Das ist die Konfiguration, die ich brauche und die suche ich noch. Nächste Haltestelle. Seestraße. Ja. War mal wieder eine Punktlandung, ne? Man kennt's. Guck mal, hier ist der Schnee geräumt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020